Wir kommen alle ein bisschen weg, denn da brauchen wir nicht so laut zu reden. Heute ist der 4. Dezember. Wir sehen heute das 4. Bild. Und heute ist Herr Jöws dran. Da macht er jedes Jahr zweimal oder vielleicht dreimal mit. Da freuen wir uns natürlich drüber. Er wird gleich was zum Bild sagen. Wir freuen uns natürlich, dass die Resonanz so groß ist. Wir haben die letzten drei Tage immer über 100 Leute hier gehabt. Und wir freuen uns natürlich ganz doll darüber, dass wir heute den Anruf gekriegt haben. Das Fernsehen wird nächste Woche hier sein, am Dienstag. Und da hat es auch genau unser Kindergarten dran, mitten am Fernsehbild. Und wir freuen uns natürlich darüber, dass die das auch mitgekriegt haben und dann am Fernsehen zeigen werden. Ja, zu diesem Bild ganz kurz und knapp habe ich mir etwas ausgedacht. Ich habe es da aufgeschrieben, für jeden, der es nachher nochmal nachlesen möchte. Und wieder geht ein Jahr zur Neige. Die Bäume zeigen uns kahle Zweige. Vorbei die Zeit, als wir am Strand noch kämpften mit dem Sonnenbrand. Als wir am Grill uns abends trafen, bei Steak und Bier zusammensaßen. Heute hüllen wir uns in dicke Wolle und oben dort, bei der Frau Holle, dort schüttelt fleißig, wie man sieht, unsere liebe Goldmarie. Wir sehen uns im nächsten Mal. Wir sehen uns im nächsten Mal. Heinrichs? Ja, ich bin nicht da. Ja. Das geht alles in deinem Tag. Ja. 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 Vielen Dank.